Heute wieder eine coole Shot-Idee. Wir fangen an, damit Sambuca in unser Shot-Glas zu füllen. Hier drüber schichten wir dann erstmal Blucodasau-Liqueur und darüber dann Baileys. Wenn man dann so wie hier Grenadinen in den Shot tröpfelt, bekommt man so einen coolen Effekt hier. Schreibt eure Namensideen gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht wirklich, wie der Shot heißen soll. Cheers!